Dem wo die wohnen Echt? Und zwar wenn man auf Escape drückt sieht man dann da drüben beim Equipment so ein kleines Haus und dann da draufklicken und dann siehst du nämlich die Symbole wo die Achso! Okay wenn du jetzt draufklickst dann soll er hier wohnen Hier ist jetzt genau draufklicken und dann in den Raum klicken Ah okay Interessant Oh ich hab 20 Kupferbach Du kannst noch mehr Rüstungsteile bauen Ja genau ich bin hier erst mal am Einschmelzen von den Bahnen Oh hab ich gar nicht gemacht? Scheiße Ich hab einfach alles ne Kisse geworfen Ja wie immer ne? Stimmt Egal Ja wir machen es ja schon Wir machen Decksarbeit für dich Ich wollte das Haus jetzt weiter bauen Oh ein Goldbarn noch Machen wir einfach vier Eck hoch weiter Bist du an der Kiste wo die Bahnen reinkommen? Ja Okay dann nimm mal bitte Achso! Oh! Ja dann, Entschuldigung Dann hätte ich sie wieder Einen Silber und noch ein Gold Vielleicht noch einschmelzen Vielleicht noch einschmelzen Äh? Oh! Vielleicht kann da wohl nicht dran Oh das sind ganz viele Plops die will ich killen Ja Ja Boah, da kommt einfach mal die Armee an Ob die Blutmond und sowas Ne, Blutmond auch nicht Ja, aber es sieht fast aus Also wie ne Mops kam Ähm Äh, warum kann ich die nicht stacken? Aaron Bar Ah, die kann ich stacken Achso Hä? Welchen Eisen haben wir jetzt? Oh wir haben voll viel Eisen 44 Ja, können wir uns nochmal hübsche Rüstungen draus machen, oder? Ja Für jeden ne hübsche Rüstung und dann Ja Ich mein, ich kann mir erstmal meine Komplette aus Ach, ich mach mir jetzt noch die Hose aus Rufaar und dann könnt ihr ja irgendwas aus Eisen haben Oder Silber Obwohl ich kann, kann man die überhaupt aus Silber machen, aus Eisen? Ich denk schon, dass man auch Rüstung machen kann aus Eisen Müsste eigentlich ja Machen wir dann erstmal eine Hose aus Kupfer Guck gleich nochmal nach wie viel das braucht Ich hab 44 Geh mal kurz bei dem Guide gucken Wo ist denn der? Ja, das ist die Frage Ich hab keine Ahnung wo der hin ist Er lebt ja anscheinend noch Also es kam nie ne Nachricht, dass der Der Gestorben ist, gell Ganz unten wär ja mies Aber ganz unten ist er bestimmt nicht, oder? Der war immer unten Wo unten? Du meinst jetzt nicht im Ernst in der Mine, oder? Was machst du, dass ich mal zu Skate fahre? Der Tommy ist ja mich genervt Ich glaub, der ist bestimmt tot Ich glaub, der ist bestimmt tot Das weiß ich nicht mitbekommen Weil er gestorben ist Nö, nö, ich guck auch in den Log, da steht nix drin, deswegen Und das wär uns doch aufgefallen Weil das glaub ich in Ähm In Lila Geschrieben ist Ich hab schon mal ne Vase gebaut, dann haben wir ein Alchemie Ding Ne Vase? Waren doch die Flaschen, oder geht das mit den Vasen jetzt auch? Ne Vase Ne Vase, Mama Ja, ja Oder ich glaub, man muss mal ne rosa Vase und ne Flasche zusammen tun Da hat man, ne eigentlich nicht Ja Oh Achso, tschuldigung Kannst du die mal draufsetzen? Weiter? Das müsste eigentlich reichen Achso Ja klack Ich kann aus dem Eis nix machen Äh? Du, ähm Ich muss das so ne komische Statue bauen Oder nicht? Komische Statue, wofür? Rüstungsstatue, oder was? Ja, oder bringt das nix? Nö, die ist nur zum Aufwärmen Achso Ich dachte, ich wär immer nütz Ach, ich bau die einfach mal auf Ach, die? Ne, die nicht Warte mal Doch Wieso doch? Du musst, du musst davor stehen Nein, ich kann's im Amboss jetzt bauen, vorher ging's nicht Achso, ja siehste Ja, was soll ich euch bauen? Bei Helme? Euch beiden? Ja, oder? Ja, eigentlich schon, ja doch Ja Uh Wuhu Gleich mal anprobieren Ging's alles erstmal hin Bam Sieht irgendwie aus wie ein Fahrradhelm Ja, irgendwie schon Tutut, Fahrrad fahr! Erzähl mir das Fahrrad, ja Kann ich mir ein Schwert aus Silber machen? Klar Ja, ich denk nicht, dass da was dagegen spricht Ja Hat noch wer Holz, by the way, für diese... Ne, leider nicht Ja Ich hab alles wie die Claps hingetragen Ich hab alles wie die Claps hingetragen Hier wurde nur angepflanzt, aber da... naja Cool, ein agiles Silversword 10% Speed und 3 Crits Du bist auf Speed? Ja Goal Ich hab so viel Kupfer, das ist unfassbar Die Mucker Die Mucker Das wird Zänger werden Ja, da geht hier so sein Senf zum Sgen Ah, hier ist der Guide. Links unten. Hängt hier fest. Der hängt da schon die ganze Zeit, glaube ich, oder? Oder Homo. Ich helfe denen gleich. Voll der Homo. Gut, wenn der spawnt, dürfte er, glaube ich, dann direkt in der Nähe von seinem Haus spawnen. Ey, was ist denn jetzt hier in der einen Truhe? Gerzen, Tränke... Ey, ich tu mal die Shuriken aus. Du wickst denn hier außen schon, ja? Ja, ja, hatte ich ja gesagt. Oh, jetzt kommt er hoch. Kommt, Mädels. Okay, kommt doch nicht. Ich bin jetzt in der dritten Truhe, glaube ich. Der braucht Claps, oder nicht? Ja, einfach den Dings anpassen, oder? Den Hang. Ja, aber Claps ist doch besser, oder? Ja, oder so, wenn der hochkommt. Ja, ja. Kann er keine Claps benutzen? So, da. Leute, den Dreckpakt bei mir. Und Sterne sind jetzt in der vorletzten Truhe von rechts gesehen. Hey, ich bin doch reingekommen, wo du das zugemacht hast. Was, Sterne sind in der vorletzten und letzten Truhe? Nein, in der vorletzten Truhe von rechts gesehen. Dann lass mich mal ran. Ich hab einen Stern. Obwohl, nimm ihn. Ich bin noch am... Ich bin noch mal... Ah, okay. Aber Sterne sind auch hier in der Kiste. Hier. Ich hab ihn nicht. Haben wir schon 10? Da sind sie. Ja, wir haben 10. Ja, dann... Kann sich ja der Erste schon... Ähm... Magieerweiterung machen. Okay, mach ich mir mal. Jo. Bringt ja am Anfang eh noch nix. So, ähm... Wo kommen dann Mob-Drops hin? In die... Erste goldene Truhe, von rechts gesehen. Kommen jetzt... Äh, Drops rein. Okay. Fuck. Fuck, fuck God. Wollen wir runter gehen? Ja, erst will ich mal die Hintergründe hinkriegen. Dass wir hier auch ein gescheites Zuhause zurücklassen. Beziehungsweise kann man hier Tische und Stühle machen für weitere Etagen. Beziehungsweise hat man die... Kann ich machen, ja. Damn, da ist einer ins Haus gefallen. Durch, für, durch. Haha, nice. Ich soll mal gucken, wie viel Speise ich habe. Ich mach das mal kurz. Ja. hier, hier, bye. Vielen Dank.